Hallo? Guten Tag, ist das Ding N? Hallo? Hallo? Ja, ich verstehe nicht. Ist das Ding an? Egal, ich reite mal drauf los. Ja, guten Tag meine Damen und Herren, ich bin der Liland LP. Ich bin spontan aus Sächsen jetzt gekommen und vertrete hier den Andi. Ja, heute möchte ich euch eins meiner, ja, meiner sogenannten Lieblingsspiele präsentieren. Ich habe schon bei dem Liland auf dem Kanal geguckt. Da sind auch schon lustige, gute, sehr gute Spiele vorhanden. Zum Beispiel der Kack Simulator. Das ist auch einer der Spiele, die ich mir wirklich kaufen würde für echtes Geld. Und natürlich nicht zu vergessen, der Babo Bär. Ja, wenn der mal ein Album rausbringen sollte, da stehe ich schon morgens vor Mediamarkt und warte auf die Platte. Ja, ich rede nicht viel und präsentiere euch jetzt mein neues Lieblingsspiel. Also vergiss den Bär, vergiss den. Ich warte auf den Bus Simulator und ja, fangen wir mal an. Boah, Alter, ich kann sächsisch nicht leiden. Ich kann das einfach nicht leiden. Ja, wir spielen heute Winning Streak. Äh, ja, ich habe es noch nicht angetestet, Gott sei Dank. Sonst wäre ich, glaube ich, schon vom Stuhl gefallen oder irgendwie spontan ins Klo gesprungen. Ja, ich glaube, es geht hier um einen Flitzer. Mehr habe ich nicht gesehen. Äh, von den Screaming Shots her und so. Und warum ist der Sound jetzt weg? Ich verstehe nicht ganz. Naja, egal. Ich hoffe, das hat nichts zu bedeuten. Deswegen drücke ich jetzt Spacebar to play. So, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Höh, haben wir den Ball? Alter, was hat er für ein Eumel zwischen den Beinen hängen? So ein Zensierbalken, boah, den hatte letztens deine Mutter. Ja, ich versuche wieder lustig zu sein. Das gelingt mir immer wieder. Höh, hieß es? Eii, da wurde ich ja... Alter, los mit dem. Sein Kümmel da, der biegt sich nach hinten, oder wie? So, was haben wir geschafft? Äh, 18 Sekunden, äh, Basis-Score, also 24 haben wir erreicht, Mutti. Total, ja. Dann, äh, versuchen wir es nochmal. Ich will mindestens bis 1000 kommen. Wenn das überhaupt möglich ist. Ich glaube, er nicht so. Höh! So, was müssen wir da jetzt, äh, müssen wir einfach auf den anderen... Ach so. Unten wird gezählt. Höh, 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 ja. Ah, das sieht super aus, warte. Nein, 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 da wurde ich erwischt. Ja, American Football ist auch schon was Cooles und Tolles. Oh, ja, das war, oh, das war Rekord. Auf jeden Fall. Das auch. So, dann, äh, beglückte ich gar kurz mal den Rasen. Und dann geht's auch direkt weiter. Kann ich sowas wie rennen? Gibt's hier sowas? Leute, jetzt, äh, hört mich doch, äh, hört auf mich hier irgendwie auf den Boden zu schubsen. Und eure Arschfalten in die Kamera zu halten. Sitzt, lauf, Junge, lauf, 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 lauf. Ich versuche hier, verschiedene Knöpfe zu drücken. Vielleicht hat's ja irgendwie so ein Special. Ich weiß es nicht. Ah, siehste? Da rennt er schon schneller. Whee! Äh, was ist mit denen, äh, was ist mit denen da los eigentlich? Lauf, 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 lauf. Au! Äh, hab ich gerade den Kopf gesehen? Egal, ich frag nicht noch mal nach. Ach, guck mal, da hinten ist der Teddy von, äh, ja. Von Five, nein, Freddy's. Wollte ich auch mal spielen. Mal gucken. Vielleicht mach ich das auch noch mal irgendwann. So, lauf, Junge, lauf, 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 lauf. Juhu! Juhu! Da ist der Ball! Da ist der Ball! Nimm den Ball, Junge! Ah! Maskotchen! Lass mich in Ruhe! Wir nehmen den Ball! Nimm den Ball! Verdammte Scheiße! Nein! Da ist der Ball! Ah! Warte, das versuchen wir gleich noch mal. Das muss doch irgendwie zu rocken sein. Lauf! Hä, hä, hä. Es gibt doch bestimmt scoremäßig irgendwas drauf, oder? Wenn ich den Ball nehme und so. So. Was für ein Arsch, Junge. Ah, so, ah, mein Arsch. Hm. Hm. Ah, lauf, lauf, lauf! Lauf, 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 lauf. Lala. Also ich kann den Ball irgendwie nicht nehmen, ich kann ihn nicht greifen. Und wenn doch, dann weiß ich nicht wie. Höh! Da kommen sie an hier ran, als wäre er heute verkaufs-hoffener Sonntag, keine Ahnung. Äh, oh, oh, oh. Guck mal da, Score, äh, ja, 1000, habe ich gesagt. Ich glaube, das ist sogar wirklich zu erreichen. Dann gucken wir mal. Ha! So, ein wunderbares Spiel. Wie immer empfehle ich es euch. Download-Link in der Beschreibung. Lauf, 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 lauf. Ja, natürlich, äh, ich hab ein Problem beim Laufen, und zwar hängt mir da was zwischen den Beinen, das wiegt ein bisschen. Deswegen windert mich das ein bisschen beim Laufen. Ja, das ist auch im echten Leben leider ein größeres Problem. Na, Jungs, ihr wisst, was ich meine. Lauf! Nein! Wo ist der Ball jetzt? Oh, verdammt. Bah, bah, so einen verpixelten Arsch, ey. Ekelig. So, naja, versuch. Ich muss diesen verdammten Ball kriegen. Mann, jetzt lass mich doch, du, Mann, äh. Ah, das gibt's doch nicht. Nochmal. Sauf! Boah. Der ist aber echt, äh, hingelegt. Da rollt ein Helm. Hier liegt, äh, ja, da liegt jemand. Da liegt auch jemand. Das ist, äh, auch jemand. Oh, jetzt lebt er wieder. Wie? Was? Was ist das denn? Jetzt gib mir den verdammten Ball. Ball, Ball, Ball. Alter, was ist mit den Armen los? Boah. Voll die Papierarme. Guck jetzt, da. Bäh. 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 Der Kopf. Eieieieiei. Bäh. So, nochmal. Nochmal. Ich lass nicht locker, bis ich den Ball habe. Ich will den Ball. Nimm den Ball. Biss an Ball. Nimm den 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 Ball. Spiel. Spiel ist noch da. Spiel ist noch da. Jetzt lauf, 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 lauf. Nimm den Ball. Gib das. Voll in die Klöten gelatscht. Alter. Vorsicht, äh, schwer transport. Alter, ich schreie hier ins Mikrofon. Ich übersteuere die ganze Zeit. Egal, das Spiel macht Laune, Leute. Das Spiel macht Laune. Ich empfehle es euch. So empfehle ich euch, aber nicht hinzuhälen, zu fallen. Das könnte leicht wehtun. So. Schauen wir mal. Äh, nein. Ich strecke mich doch schon an. Ich glaube, mit Controller wäre dieses Spiel noch geiler, noch intensiver. Wenn du verstehst, weil ich meine, da kann man was anfassen, hat man was zu greifen. Und jetzt leckt das Spiel. Ich weiß auch nicht, warum. Ah, okay. Ich bin im Hintergrund am Rendern. Das erklärt einiges. Am Rendern und am Hochladen. Das ist natürlich top, wenn man da noch dazwischen was aufnimmt. Verdammt. So. Jetzt lauf, 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 lauf. Hab dir den Ball, hab dir den Ball. Jetzt. Nimm doch. Guck, das wackelt. Bii. Ah. Verdammt. Alter, ich spiele schon, was? Fünf Minuten schon? Das Spiel, das raubt echt einem die Zeit. Lauf. So, warte mal. Ich sollte vielleicht so machen, dann wieder losrennen und dann die verarschen. Guck, siehst du? So wie Ronaldinho früher. Zack, zack. Haha. Oh, das könnte klappen. Hätte klappen können. So. So rum. So, warte. Ich will jetzt die 343 knacken. Einfach, weil ich es will. Quiii. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Yeah. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen taktisch hier. Ja, das war sehr taktisch. Wird jetzt voll die eckigen Brüste. Kauft jemand einen BH oder so? So. Ah, Mist, ey. Eins. Eins. Oh. Null. Null. Juhu. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt steh auf, Freundchen. Freundchen. So, dann machen wir kurz den hier. Lassen wir ein bisschen die Klöten in der Luft hängen und warten, bis jemand kommt und zubeißen will. So. Legt euch mal schlafen, ist besser für euch. Ihr seid doch eh alle müde. So, der nächste hier, der Sandmann, der lief doch schon und... Hallo? Höh. So, dann laufen wir mal kurz nach oben. Score sind wir bei 35. Und da. Und dann nach links. Fuck. 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 Boah. 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 Fuck. Ach, du Scheiße. So, ich glaube, noch einen Versuch, sonst werde ich hier süchtig. Sonst werde ich hier richtig noch aggressiv. Sonst werde ich hier noch aggressiv. Höh. Lauf. Mist. So, noch ein letzter Versuch. Noch ein letzter Versuch. Letzte Runde, Freunde. Letzte Runde. Höh. Okay, das war's. Ich glaube, das war's. So, dann bleiben wir liegen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, 343 haben wir geschafft. Vielleicht irgendwann mal nochmal schwer. Vielleicht spiele ich noch einen zweiten Teil, wenn es davon gibt. Dann aber mit einer weiblichen Protagonistin. Das wäre natürlich auch mal was anderes, ne, würde ich mal sagen. Da braucht man nicht so einen riesen Zensierbalken. Und hat man mal ja was vom Spiel. So, dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem nächsten Let's Play, wenn ihr wollt. Und ja. Euer Acht wird endet. Ja, weg da jetzt. Ich streit. So, meine Daumenkirchen. Und spiel mir jetzt weiter. Was war's? Was war's?